Da draußen arbeiten Männer, die ein Recht darauf haben, die Wahrheit zu erfahren. Nichts weiter, kein Wort? Oh Gott. Nochmal zurück. Von welcher Größenordnung reden wir? Wir können davon ausgehen, dass der Erdrutsch größer sein wird als das, was wir registriert haben. In einem Gebiet, in dem Plattformen stehen. Wo Menschen arbeiten. Wie viel Zeit haben wir noch? Scheiße. Sie zieht zu mir und Odin. Wirklich? Ja. Ist ein Neuanfang. Ja, ist es wirklich. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Das würde bedeuten, dass die gesamte Westküste Norwegens von einer massiven Ölpest betroffen wäre. Alle Tiere, die Natur. Und es würde Jahrzehnte dauern, bis alle Schäden behoben sind. Da draußen sitzt ein Junge, der seinen Vater verlieren wird, weil sie nichts tun. Ist irgendwas mit, Papa? Passen Sie auf Odin auf. Und Sophia wollte wirklich dahin? Wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Keiner von uns ist darauf vorbereitet. Sieh! Stopp! Sophia! Sophia!